Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Neon Demon von Nicholas Winding Raffin. Eine junge, schöne Frau geht, um Model zu werden, nach Los Angeles. Und dort wird sie zum Opfer der eiskalten Modelbranche. Damit ist eigentlich eine hinreichende Inhaltsangabe zu diesem Film gegeben. Was aber nicht bedeutet, dass dieser Film sonst keinen Inhalt hat. Der Inhalt wird vielmehr über die Form transportiert. Ja, in der Form selbst liegt der Inhalt. Die Botschaft von The Neon Demon lautet natürlich nicht, schaut her, wie oberflächlich die Modewelt ist. Das würde ja auch keiner leugnen wollen. Wie schon in Only God Forgives sehen wir auch in The Neon Demon keine Menschen mit Psychen mehr. Wir sehen nur noch schöne menschliche Hüllen in einer unwirtlichen, eiskalten, auf Perfektion bedachten Welt. Da sind sehr viele barocke Motive, die wir präsentiert bekommen. Das Vanitas-Motiv. Überall sehen wir in all dieser Schönheit die Vergänglichkeit. So laufen auch die Dialoge ins Leere. Sie sind nur noch Ausdruck einer großen Sinnlosigkeit. Die Bilder, die sprechen zu uns. Die junge Frau, das sagen alle von ihr, die hat das gewisse Etwas. Und das ist ihr von Natur ausgegeben. Von allen Seiten wird sie deshalb bedroht. Vor allem von den Fotografen und von ihren Model-Kolleginnen. Denn die anderen Models haben sich längst von der Natur abgelöst. Durch Schönheitsoperationen haben sie ihre Körper formen lassen. Das Make-up tut sein Übriges. Die junge Frau scheint die einzige natürliche Schönheit zu sein in einer vollkommen künstlichen Welt. She has that thing, heißt es an einer Stelle. Es ist ein Film über die Schönheit. Ein sehr philosophischer Film. Und das treibt Nikolaus Winding Refn so weit, dass man also Frauenkörper inszeniert sieht, die sich aber dann verwandeln in geometrische Formen. Also wir haben es nur noch mit platonischen Körpern, wo die Symmetrie wunderbar stimmt, zu tun. Und man kann natürlich fragen, welche Idee vom Schönen bekommen wir hier präsentiert. An einer Stelle im Film wird ja gesagt, Beauty is not everything, it's the only thing. Schönheit also als einziges und allerletztes Kapital. Das hat also einmal diese Note, aber nochmal eine viel grundsätzlichere. Der Film stellt die Frage, wie grausam kann Schönheit, kann die Kunst sein? Um diese Ästhetik herzustellen, hat der Regisseur gesucht, sehr lange gesucht nach entsprechenden Objektiven. Und er hat alte, anamorphotische Objektive gefunden. Dieser Film löst sich von der Realität ab. Wir haben also keine naturalistische Ästhetik mehr, sondern diese Realität ist außerhalb unserer Realität. So scheint es zumindest. Doch diese andere Welt, so merken wir auch bald, ist auch die unsere Welt. Vorbilder für diesen Film gibt es reichlich. Aber man muss ein bisschen differenzieren. Da sind zum einen die Filme des Giallo-Genres. Also denken wir an Filme wie Profondo Rosso von Dario Argento oder aber auch an Blutige Seide von Mario Brava. Auch dieser Film spielt ja in der Modewelt. Die Giallo wiederum kommen ja eigentlich, sind sie entstanden aus dem deutschen Krimi, vor allem aus den Edgar-Wallis-Filmen. Wir haben es da mit bösen Mädchen oft zu tun. Wir haben es mit Ermittlern zu tun. Doch die Polizei spielt jetzt in The Neon Demon eigentlich keine Rolle mehr. Aber die bösen Mädchen, die finden wir hier natürlich vor. Und dann sind auch die Farben sehr interessant, die durchaus einen Bezug zu den Jalli herstellen. Also rot und blau. Und das Ganze bei Winding Refn natürlich immer noch in diesen Neontönen. Dann gibt es noch zwei weitere Filme, auf die The Neon Demon verweist. Nämlich einmal Valley of Dolls von Mark Robson und Beyond the Valley of Dolls von Russ Meyer. Diese Filme sind interessant, weil sie erstmal direkt zitiert werden. Es gibt zum Beispiel eine orale Penetration mit einem Messer in The Neon Demon. Das finden wir bei Russ Meyer auch schon. Da ist es nur mit einer Pistole. Dann inszeniert Mark Robson ein Workout einer Protagonistin. Und auch sie löst er schon ganz aus der Umwelt dabei raus und zeigt sie nur noch vor Hintergründen, die nicht mehr auf etwas Konkretes verweisen. Also einen ganz hohen Abstraktionsgrad, den wir jetzt in The Neon Demon wiederfinden. Meyer und Robson zeigten uns bereits, dass das Showbusiness eine sehr grausame Welt ist. Aber wir finden da doch immer noch sehr viel menschliche Anteile. Sowieso sind die Jolly und auch Meyer und Robson noch geprägt von einer Ästhetik, die durchaus sagt, naja, die Gesellschaft ist schon normal, aber wir zeigen jetzt hier psychisch Gestörte. Wir zeigen hier etwas, wo die Realität, die Schnöde durchbrochen wird und all das. Aber das beruht immer noch auf der Annahme, dass die Gesellschaft normal ist. Nikolaus Winding Refn zeigt uns aber, dass diese Gesellschaft selbst psychisch gestört ist, dass diese Welt selbst eine ganz merkwürdige geworden ist. Und zugleich zeigt Winding Refn eine große Faszination für diese Welt. Und er findet dafür faszinierende, grausame Bilder. Stellen wir uns mal die Frage, was Winding Refn hier eigentlich mit Natürlichkeit meint. Das ist ja ein Thema, das immer wieder bei ihm auftaucht. Zum Beispiel in Bronson, da haben wir es mit einem Gewalttäter zu tun, der von Natur aus wohl so ist. Und hier haben wir es mit einem natürlich schönen Mädchen zu tun. Das Naturschöne finden wir also vor, aber Winding Refn stellt dem das Kunstschöne gegenüber. Einmal in Form der Figuren, die alle Schönheitsoperationen hinter sich haben, aber eben auch durch seine Ästhetisierung. Das Mädchen steht also hier noch für das Naturschöne. Kant gab ja dem Naturschönen den Vorrang. Das ästhetische Gefühl verbinde sich unmittelbar dabei mit dem Moralischen. Hegel aber hingegen stellt über das Naturschöne das Kunstschöne. Schönheit sei etwas vom Menschen produziertes und sei deshalb frei und nicht normativ. Und das ist natürlich auch etwas, was ein Künstler wie Winding Refn tut. Und so gibt es auch nicht mehr eine Frage der Moral. The Neon Demon ist, so kann man durchaus sagen, ein amoralischer Film. Handlungsimmanent vertritt The Neon Demon durchaus die These, dass das Naturschöne zu bevorzugen sei. Eben in Form dieses schönen, natürlich schönen Mädchens. Aber der Film selbst als Artefakt steht natürlich für das Kunstschöne. So sehr, dass das Hässliche schön wird und das Schöne ins Hässliche umschlagen kann. Das ist überhaupt der wahre Horror dieses Films. Allerdings wird die Schönheit des Mädchens rein an der Oberfläche festgemacht. Da spielen Innerlichkeiten keine Rolle mehr. Sie muss auch nicht irgendwie Tugendsam oder irgendwas sein. Biyong Shul Han hat sich ja in seinem letzten großen Essay auch mit dem Schönen beschäftigt. Die Errettung des Schönen heißt dieser Essay. Und da sagt er zu Anfang sehr kritisch, das Glatte ist die Signatur der Gegenwart. Es verkörpert nämlich die heutige Positivgesellschaft. Das Glatte verletzt nicht. Jetzt könnte man natürlich Winning Raffin genau das vorwerfen, dass er uns nur glatte Bilder zeigt. Aber so einfach ist das nicht. Es gibt hier schon ein hohes Maß an Negation, an Negativität. Denn Nikolaus Winning Raffin treibt diese Glätte an einen Punkt, an dem sie wirklich wehtut. Die schönsten, kältesten und beklemmendsten Bilder entstehen so. Das ist eine übersteigerte Werbe- und Modeästhetik so sehr, dass man eigentlich nur noch den Tod sieht. Die Werbung und die Mode suggeriert uns ja immer noch Lebendigkeit, wenn auch eine sehr blutleere. Nikolaus Winning Raffin präsentiert uns nur noch schöne Leichen in einer toten Welt. Die Musik grundiert diese Szenarien weniger so, als dass sie das Ganze einfach ein bisschen untermalt mit Musik, sondern da wird klanglich eine Sehnsucht, eine Melancholie über den Ist-Zustand hörbar. Die Figuren werden aus ihrer Umwelt, aus der Gesellschaft herausgerissen. Also wir sehen sie dann oft hinter ganz abstrakten Hintergründen, die gar nicht mehr an irgendeinen konkreten Ort gekoppelt sind. Die Figuren stehen damit als Objekte für sich und das ist das Gruselige. Die Subjekte bedürfen ja normalerweise der Anerkennung eines anderen Subjekts. Aber hier scheint die Kamera allein Anerkennung zu verleihen. Wir haben es also hier mit zwei Objekten unter sich zu tun. Die isolierte Figur, die ausgestellt wird und sich in geometrische Formen verwandelt, zeigt die Einsamkeit des heute zu einem Objekt dekradierten Subjekts. Nikolaus Winning Raffin verzichtet dabei auf Illusionsbrüche in der Form, dass er uns zeigt, naja, das ist nur die schöne Oberfläche, aber dahinter sieht es ganz anders aus. Warum zeigt er uns nicht, wie es dahinter aussieht? Warum bricht er diese Ästhetik nicht auf? Nun ja, wir sollen wohl die Brutalität dieser Schönheit zunächst einmal aushalten. Aber treffen nicht damit die Vorwürfe, die man Nikolaus Winning Raffin gerne macht, absolut zu. Er präsentiert uns nur den schönen Schein, nur bloße Oberfläche. Wo ist eigentlich die Tiefe? Könnte man sagen, ist er nicht tatsächlich dieser Hipster-Design-Regisseur, wie manche gerne sagen? Hier sollten wir nicht allzu vorschnell argumentieren. Tiefe und Oberfläche, na, darüber müssten wir noch einmal neu nachdenken. Denn das Besondere bei Winning Raffin ist, dass er die Oberfläche selbst als etwas Tiefes darstellt. Er braucht nicht diesen Illusionsbruch, da muss nicht irgendwas aufgerissen werden. Er verhandelt das tatsächlich alles in der Form auf der Oberfläche und zeigt, dass tatsächlich darin die Tiefe liegt. Slavoj Žižek sagt ja gerne, dass das Problem mit dem Kitsch eigentlich ist, dass der immer Tiefe haben will, dass der eigentlich für die Tiefe steht. Die Kunst trägt tatsächlich die großen Fragen an der Oberfläche aus. Und das haben wir hier bei Winning Raffin besonders. Denn diese schönen Frauen, die wir dort inszeniert sehen und auch ein paar schöne Männer, die werden uns jetzt zugleich auch als Kadaver präsentiert, weil sie so unlebendig wirken. Und dann gibt es eine Szene, eine nekrophile Szene, wo sich eine Frau mit einem Kadaver da umtut. Und da finden wir genau eine wunderbare Umkehrung. Nämlich hier wird der Kadaver so sehr ästhetisiert, dass er selbst zu einem begehrenswerten, schönen Objekt wird. Also man muss genau das aushalten. Wir müssen die Präsenz des Realen, der Illusion aushalten. Also quasi die Tiefe der Oberfläche. Schon der Dichter Paul Valéry sagte ja, was am tiefsten im Menschen liegt, ist die Haut. Und das ist die Frage, diese grausame Frage, die Nicolas Winning Raffin uns stellt. Wie ist es denn eigentlich mit der Schönheit? Ist das nicht etwas ganz Unmenschliches, etwas vielleicht Inhumanes? Gibt es überhaupt so etwas wie natürliche Schönheit? Und wenn es die tatsächlich in dieser unwirtlichen Welt gibt, dann wird diese Schönheit gejagt und kaputt gemacht, weil man sie eigentlich gar nicht aushalten kann. Das ist eine ganz große Frage, die der Film stellt und auf die er auch letztlich keine Antwort hat. Er eröffnet vielmehr einen Reflexionsraum. Und dann kommt es am Ende zu einer ganz starken Szene, nämlich ein Model wirkt nach einer kannibalischen Aktion ein menschliches Auge wieder hoch und spuckt es aus. Damit verweist der Film auf sich selbst. Das unverdauliche Auge steht zweifellos für den unverdaulichen Vornehmer ausgedrückt, den inkommensurablen Film. Also die Kunst als etwas Unverdauliches, was man aushalten muss. Und die Kunst ist manchmal auch schrecklich unmenschlich. Und es gemahnt uns daran, was das Sehen eines Films uns eigentlich abverlangt. Denn sonst schauen wir nur, aber sehen nicht. Und dann schauen wir nur, was das Sehen eines Films uns eigentlich abverlangt. Und dann schauen wir nur, was das Sehen eines Films uns eigentlich abverlangt. Und dann schauen wir, was das Sehen eines Films uns eigentlich abverlangt. Vielen Dank.